Was geht denn, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Lies of Peace. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Ich bin hier schon mal hingegangen, um zu gucken, ob dieser komische Gegner nochmal auftaucht, aber tut er nicht. Anscheinend war das wirklich so ein einmaliger Gegner, was ganz gut ist, ehrlich gesagt. Obwohl ich ganz gut klarkam mit dem, muss man sagen. Gut, Freunde, wir machen weiter. Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung, dass ihr immer noch am Start seid. Wenn es euch weiterhin gefällt, gerne kurz die Zeit nehmen, bei so langen Videos kurz eine Bewertung dazulassen. Wie gesagt, jeder Like, jeder Kommentar hilft dem Kanal, dem Projekt. Ihr wisst Bescheid. So, komm mal her jetzt hier. Jetzt können wir schön weitermachen hier. Wie gesagt, mir gefällt das Gebiet richtig, richtig gut. Macht richtig Spaß. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen zu standardmäßig ist oder sowas. Aussehen, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, ich hoffe jetzt, dass hier oben... Ja, hier ist die Kamera. Hier ist die Kamera. Na, komm. Was anlaubst du dir eigentlich? So. Oh, natürlich ist hier was. Sichelmonstein. Wir brauchen ja jetzt Vollmonstein für die Säge. Apropos Waffe und Säge und so. Ich habe jetzt ausprobiert, das mit dem Griff der neuen Waffe, die wir gefunden haben. Aber, ja, das Movement Set gefällt mir gar nicht. Das ist so ein ganz langsamer Schlag nach vorne. Es ist super langsam, super behelig. Die Knar... Äh, ich sag schon wieder Knar. Hey, ohne Scheiß, ich mach das nicht extra. Äh, die Waffe, ähm, gefällt mir nicht. Äh, gut. Ähm, gehen wir doch erstmal hier runter. Äh, gut. Ah, nice. Okay, hier ist auch nochmal so ein... Also Leute, also das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Ach, ich darf nicht da durchschlagen, oder was? Ah, okay. Frechheit, ey. So, aufmachen hier. Lächerlich! Eine richtige Scheiße. Hä? Hä, warte mal, was ist denn... Hä, was ist denn das? Was ist denn das jetzt hier bei der Flamberg? Dieser komische Stahlding, weil ich sie jetzt auf maximal hochgelevelt habe, oder was? Habe ich das euch noch gezeigt? Nee, ich habe auf jeden Fall das auf Maximum jetzt gelevelt, die Flamme-Arm. Habe auch einen Erfolg dafür bekommen. Das kann sein. Oh, die letzte Stufe sagt ja, es könnte zu einer Explosion kommen. Puh, keine Ahnung. Dieses, es könnte, ist schon wieder so... Was geht's hier weiter? Oh, scheiße. Oh, wir werden sehen. Ja, das ist das denn. Oh, hey, are you a treasure hunter, too? Strange to meet someone in my line of work. I know how this looks, but I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. I planned my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end. And I so wanted to explore the Hermit's Cave. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Life is short, and all I can do is keep plugging away. You never heard of Alidoro? He's a treasure hunter and one of the best. And unlike a lot of the riffraff in Krat, he's not a thief. He's a pro who excavates antiquities methodically. And professionalism is important when you're talking about Ergo. Just mention Ergo, and everyone cares about the history behind the ruins. That's why Alidoro has the reputation he does. The quality of his information and the condition of the antiquities are on another level. I know there are rumors about Alidoro lately, but I know jealousy when I hear it. The rumors, well, for starters, they're nonsense. Alidoro is the last person you'd suspect of crimes like fraud and theft and assault. It's crazy. I've even seen a wanted poster of him. Those alchemists must be behind it. Those guys act like they own the ruins, and they don't want treasure hunters to earn an honest living. I mean, come on. We're talking about the Alidoro, who saved all those lives in the Workshop Tower Rubble. So, no. I don't believe a word of it. Would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just malicious propaganda. You take it. All this is what I've got so far. Es ist eine Kryptik-Vessel, eine Art von Cipher-Device, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich wollte es nicht wegwerfen. Ich glaube, es ist ein Zeug zu einigen Stolen-Güttes. Ich habe es gefunden, zwischen den Korpsen von zwei Thieves, die vorhanden kämpfen. Sie wissen, was sie sagen, «No honor among Thieves!» Aber ich kann nicht mehr Hände oder Hände davon aus. Wenn du es möchtest, ist es dir. Hey, cool, danke dir. All I can do. Ja, wir werden dir helfen. Hier ist schon wieder ein Stargazer. Das hier ist ja... Krass. Also, die sind ja ziemlich schrecklich jetzt verteilt, oder? In dem Gebiet. Heißt das jetzt, kommt der Boss oder was? Notiz der Wache. Warum in aller Welt ist das Ding überhaupt hier ein Grad? Als die Stadt mich losschickte, um das Monster zu fangen, dachte ich, das sei ein Scherz. Ich dachte mir, wahrscheinlich sei das eine kaputte Puppe oder ein Bär mit der Versteinerung des Krankheits. Dieses grüne Ding ist riesig. Was zur Hölle hat es denn im Sumpf gefressen, dass es so groß wurde? Ich glaube nicht, dass es an Abfallproblemen liegt. Ich habe es beobachtet. Es beschützt sein Nest wie besessen und bringt sein Spielzeug gerne dorthin. Die Puppenkörper werden nicht nur als Spielzeug benutzt. Dieses Ding saugt Ergo aus den verschrotteten Puppen, bevor es mit dem Spiel was übrig bleibt. Es ernährt sich von Ergo und deshalb wird es so groß. Das ganze Gebiet ist ein gefundenes Fressen. Ich muss das melden. Sie sind immer so. Wenn ihnen etwas nicht passt, ignorieren sie es einfach. Warum haben sie uns gesandt? Sind wir Beute oder Jäger? Der Typ beobachtet uns immer öfter. Er weiß definitiv, dass wir hier sind. Er sieht uns an, als wären wir Spielzeug. Jemand kritzelte, eilig eine Notiz. Wachposten bald erobert. Kontrolle über Balliste verloren. Um unmöglich sie zurückzuordnen. Ich bitte um Vergebung für alle Sünden meines Lebens. Der Engel wird uns führen. Okay. Okay, dann ist hier Boss. Der Boss, der Boss, der Boss, der Boss. Ähm. Das ist ja schön, dass der Boss ist. Keine Ahnung, wo das hier ist. Keine Ahnung. Ach, warte mal. Wir hätten ja erstmal gerade gehen können und das verschlüsselte Ding abgeben. Das ist bestimmt wieder so eine Sache, die wir erstmal finden müssen. Ach, scheiße. Ich will jetzt erstmal die Maschinen hier platt machen. So, haben wir irgendwas Neues für ihn? Das war mit! Ja! Da kommt er an. cutting her an. Das baut laszi. Das ist doch. diminished hier. Ich muss mich bei dir. Mein Gott, du Fisch, Alter. Geh mal weg jetzt. Ach du Scheiß, Autos halt. Ich aber auch. Au. Ey, sag mal, meine Ausdauer, kommt die auch mal zurück? Ey, was ist denn hier los? Weil ich unter Schock stehe, aber das ist doch gar nicht voll, die Scheißleiste, oder? Ja, ich kann nicht wegrollen. Alter, ist das nervig, ey, mit dem Scheiß. Äh, ist das nervig mit dem Scheiß? Ach mein Gott, es ist doch einfach alles noch. Ne, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja absolut gar nichts. Ja, ohne das Ausdauerproblem wäre die Maschine auch kein Problem. Oh mein Gott. Verholt die Scheiß einfach mal. Was ist das? Oh mein Gott, ey, das ist doch so ein schlechtes Drextiming, ey. Ohohohoho, hier gibt Quatsch. Ohohohohoho. Weißt du was ich mach? Ne, komm, sei schlau, sei schlau, sei schlau. Sei schlau. Sei schlau, weil du schlecht gefeidet hast. Sei einfach schlau. Geh zurück. Hol dir deine Teilsachen. Nicht so auf Superheld jetzt machen. Nicht auf Superheld machen. Die Leute wissen schon, wie krass du bist. Wie gesagt, es ist halt... Es gibt halt nur einen, der... den... den Werwolf aus Bloodborne mit bloßen Händen besiegt hat. Da war nicht die Zeit, das war nicht die YouTube-Zeit. Erster Tag schon 35 Videos, wie man den Boss easy macht. Oder sonst was. Oder Starter-Guides oder so. Da war gar nichts. Da war einfach nur zocken, Alter. Da war einfach nur zocken. Kein Schnicki-Schnacki, Alter. Wer ist der krasseste? Schon wenn er gar nicht drauf geachtet hat, was ich jetzt da bekommen wollte. Das war's für mich. Und das wird hier alles nicht beschützt, oder was? Experimentbericht des Ordens, Versuchsobjekt 890. Der erfolgreichste Fall der Prototyp-Elixier-Injektionsversuche. Drei Patienten, die an der Versteinerungskrankheit litten und gleichzeitig die Elixier-Injektion erhielten, starben. Noch bis zu ihrem Tod bekamen sie schmerzhafte Nekrosen und Hautrisse, Krampfanfälle und Zuckungen sowie Kristalline, Metastasen am ganzen Körper. Schließlich wurden sie zu Mutationen, die als Kadaver bezeichnet wurden. Nummer 890 war in der Lage, die Nebenwirkungen der Neutralisierung zu unterdrücken und ist bisher 56 Stunden lang stabil geblieben. Abgesehen von der dissoziativen Amnesie... Junge, nicht schlecht. Nicht schlecht! Nicht schlecht! Den Krampfanfällen, aggressiven Trieben und Halluzinationen, die man bei typischen Opfern der Versteinerungskrankheit findet. Abgesehen davon, ja. Persönliche Meinung. Werden uns auf die Geburt Gottes vorbereiten. Okay. Okay. Adrian. Sichelmonstein. Okay. Ich bin Nummer 890. Name, kostbar. Vergessen. Ich bin nicht. Achso, nicht. Ey, du hast ne geile Eulen-Maske. Ey, cool. Darf ich mich mal bewegen? Ich bin. Und meine Entschuldigung als Doktor, alles sollte enden, während sie immer Menschen sind. ARD Text im Auftrag von Funk Und meine Verpflichtung als Doktor, alles sollte enden, während sie immer Menschen sind. Ich erinnere mich jetzt, meine Adelina. Sieht ganz cool aus. Hm. Ja, aber es greifen die mich auch an, weißt du? Warum machen die das denn? So, wo ist der Große denn jetzt? Ah, da. Komm her hier, komm her hier. Wo kommt er denn jetzt her plötzlich, Alter? Meine Fresse, ey, wirklich, ihr seid so nervkürt. Oh mein Gott, jetzt trifft mich aber auch alles, was? Oh mein Gott. Was für ein... Scheiße, Alter. Ich bitte. Äähähähähähähähähähäh. Ja, noch ein Kratz. So, die Laterne hat gerade schon wieder geleuchtet Na, komm, zeig dich, kleiner Smadling Oh, oh, ein Goldner Alter, helft ja aus Ach so, einer wieder Dunkel, Mond, Stein, brauchen wir nicht Sehr gut Okay Streugranate, auch nicht verkehrt Ähm, gut, ähm Ab zum Hotel Schauen wir noch mal ganz kurz Leveln können wir noch mal Wenn ich echt, äh, ey, das geht wirklich so schnell mit den Leveln Was So, warte mal Können wir mit irgendjemandem reden? Wir wollen das Ding abgeben People have no Thanks for keeping I get the puppet What is happening? I always will There you are Done Eine alte Hütte in den Gruft Slums im Marlum Distrikt Halte auch schon noch den kahlen Baum Und der Wäscheleine Okay Ja Ja Werden wir aber jetzt nicht machen Werden wir aber jetzt nicht machen Der Boss muss jetzt ran Scheiße, ey Okay Okay Bitte, ey Verdresch mich nicht Verdresch mich nicht So, okay, geil Boss, Boss, Boss Ach, äh Warte, nochmal zurück Quarz haben wir ja zwei Stück Zurück nochmal Warum sagt denn auch keiner was von euch? Weißt du, warum? Ruhm Okay, ey Was hole ich mir denn jetzt eigentlich? Was hole ich mir denn jetzt? Was geil ist auf jeden Fall Irgendwas Schönes Laber doch nicht immer so viel am Anfang Hm Muss auch nichts, ey Nur Scheiße hast du, ey Schäm dich mal ein bisschen Ich muss auch mal die Eule ausziehen, oder? Das ist unser Style hier Bist länger geworden, ne? Sag mal, warum stieß du denn immer so wie? Ach, Scheiße, ja Ach, Scheiße, ja Ich bin glücklich, dass du wirst Aber ich bin nicht sicher, was davon zu machen Sei wütend Von gefährlichen Menschen Und Always Be ein guter Junge Für mich So, das hatten wir schon, ne? Okay, jetzt kommst du an Perfekter Block Steinstein Fabelslots Das Ding ist Ich geh erstmal auf Amulett Waffenhaltbarkeitsverlust Natürlich erholen Okay Pultzellen Brauche ich gar nicht weiter gucken Nehmen wir das als erstes Für mich Das Ding ist Also Wenn man das Ich behalte Bist länger Ich glaube Ich bin echt Reduziert Gegenstandspreise. Ey, auch nicht verkehrt eigentlich. Braustgüter, Wurfobjekte erhöhen. Boah, was nehme ich denn jetzt? Pfff, keine Ahnung, nein. Ey, nehme ich Wurfobjekte, scheiß auf, keine Ahnung, mir fällt das jetzt nicht ein. So, neun Pulse in allem. Na gut. Ich verstehe auch noch nicht, warum die scheiß Nase jetzt noch länger geboren ist. Ich habe mir jetzt nochmal die Platten angehört, bei den Musikspielern. Und das hieß ja, deine Menschlichkeit wird erhöht. Dann stand da aber wieder, Ergo. Dein Ergo wohl irgendwie aktiviert oder sowas. Es steht jetzt Ergo für Menschlichkeit oder eher für Nichtmenschlichkeit. Weil die ganze Zeit wird doch gesagt, die Puppen sind aus Ergo und denen wird Ergo entzogen. Und die sind für die Ergo-Dingsbums-Scheiße am Start. Und wie gesagt, ich habe ja schon einige Sachen so entschieden. Mit Wahrheit, da stand Federn, deine Federn reagieren. Aber das, aber Ergo steht für Mensch. Das passt doch irgendwie nicht. Ich meine, die Federn reagieren, das kann ich verstehen, so mäßig. Ja, die Federn, Menschen haben keine Federn. Aber Maschinen haben Federn, Puppen haben Federn. So, so, weißt du, in sich drin verbaut. Aber das Ergo, ich dachte, die Ergo-Sachen sind in den Puppen drin. Ich dachte, Ergo wurde irgendwie abgefahren und dann in die Puppen auch gepackt. Das ist Ergo-Passung gar nicht zur Menschlichkeit. Das ist so verwirrend, was ich einfach nicht verschäfte. Ich bin einfach, stehe ich auch einfach auf dem Schlauch und einfach. War nicht so krass, wie ich dachte. Vielleicht ist es das einfach. Ja, weiß. Ich würde sagen, gehen wir rein, oder? Wenn da schon Feuer ist, egal, scheiße. Erster Versuch, rein da, einfach egal. Erster Versuch, rein da, einfach egal. Okay, mein Säure-Schleifstein ist wahrscheinlich komplett falsch jetzt hier an der Stelle. Okay. 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 Was? Es hat getroffen, aber ich stehe hinter dem jetzt. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, aber ich kann nichts machen. 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 Alter, hat er meine scheiße Klinge komplett kaputt gemacht. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Streugranate rein da. So. Ich denke mal, Feuer wird gut sein gegen den. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ey, das ist wirklich Outdoor. Ich habe wirklich ewig gewartet, bis ich ausweiche. Aber trotzdem. Ich kann nichts machen. Ich muss noch gucken. meine frese so 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 Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Shit. Das war's. 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 No. You see, Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's, Das war's. 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 Oh. 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 Das war's. Das war's. Oh. 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 Oh.